Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esser-Shot unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Alles Leuchtet und für dieses müssen wir Jasma im Alltal Dazar auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während alle vier Schattenflammen angezündet sind. Ist eigentlich ein relativ einfaches Achievement, wenn man nicht gerade auf die Schnapsidee kommt, das Ganze mit Hex und Hop zusammen zu machen. Ich habe es hier im Video mit Hex und Hop zusammen gemacht und werde euch auch zeigen, wie das geht. Ich rate euch zu 100% davon ab, weil es etwa eine Stunde gedauert hat, das Ganze runterzuspielen und es wesentlich einfacher ist, beide Achievements getrennt zu machen und in der Zeit die Instanz zweimal zu basteln für die getrennten Achievements, als das hier zu versuchen, beides in einem Run zu machen. Es ist insane, aber ich werde euch trotzdem zeigen, wie es geht. Und zwar, für Alles Leuchtet müssen wir die vier Flammen anmachen, die befinden sich in den vier Ecken des Raumes und die machen wir damit an, dass wir mit diesen Fallen, die ihr eben gesehen habt, wo man rauslaufen muss, wo so Geisterspawn, die den Boss erreichen, quasi zu diesen Säulen läuft. Wir haben diese Säulen auch hier am Rand markiert, ihr habt gerade gesehen, das grüne Mark, die sind wirklich in allen Ecken. Es müssen quasi vier Spieler werden gemerkt, alle außer der Tank, müssen in diese Ecken laufen und diese Dinge anzünden. Die Teile sind aber nur ganz kurz an, heißt, ja, vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden, irgendwie sowas um den Dreh rum. Also nicht sonderlich lang, vielleicht sind es auch 15 Sekunden, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind sie nicht sonderlich lang an. Ihr müsst also das machen, kurz bevor der Boss das Zeitliche segnet. In der Theorie einfach, wenn ihr das jetzt mit Hex und Hop kombiniert, wo ihr noch diesen Mob habt, den ihr jetzt CC'd habt, wie wir das gemacht haben, habt ihr einfach schlichtweg das Problem, dass da noch zwei Spieler zusammenstehen müssen, die dementsprechend dann auch noch sich den Debuff hin und her spreaden und dann wird es schwierig. Ihr habt gesehen, jetzt habe ich hier gerade mich an die Säule gestellt, habe die Fackel angemacht und jetzt haben sich der Tank und ein Spieler an der Säule zusammengestellt, um sich den, ja, um sich die Verwandlungseffekt hin und her zu schmeißen, auch noch, um die ganze Zeit CC'd zu werden. Deswegen hatten wir es hier auch mit drei Heilern gespielt. Ja, ich habe hier mit einem Druid gehealt, weil ein Druid-Tank hier sinnlos ist, weil der Tank muss quasi diesen Verwandlungseffekt dann noch weitergeben, um dann auch noch Hex und Hop zu geben und das Druid-Tank ist mein Bärngestalt, kann nicht verwandelt werden, deswegen funktioniert das nicht. Wir haben etwa eine Stunde gebraucht, um beide Achievements hier beim Endboss gleichzeitig zu machen, deswegen rate ich euch, macht wirklich einen Durchlauf mit Hex und Hop, dass ihr bei jedem Boss quasi hier diesen Debuff hin und her schaukelt und dann macht ganz gechillt einen zweiten Run und nehmt es mit und dann könnt ihr das auf First Try machen, einfach vier Leute in die Ecken stellen, Tank in die Mitte und Fackeln an, Boss umhauen, fertig, ja. Da tut ihr euch wesentlich leichter, ich rate euch das nur, ihr könnt natürlich so arrogant sein wie ich und sagen, ja, ich mache das alles in einem Rand, geht eh schneller und dann auf die Schnauze fliegen mit, das ist eure Sache. Jetzt wisst ihr, wie es funktionieren würde und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen kann ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich es mich freuen, wenn ihr euch positiv bewertet und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!